Wir haben in N gelassen, also in neutral und jetzt müssen Sie den Schlüssel noch einmal durchdrehen, das im Display Ready erscheint. So, und jetzt können Sie zurückziehen, zu sich nach unten, dann sind wir im Rückwärtsgang, die Handbremse lösen und dann können wir losfahren. Wenn wir jetzt den Hebel nach vorne und nach hinten ziehen, einmal kurz, antippen, dann können Sie auch zwischen den verschiedenen Fahrmodi hin und her schalten, also wir unterscheiden zwischen Eco, Komfort und Sport und dadurch ist die Gasanlage am Pedal anders. Im Sport ist sie sehr direkt und wir gehen direkt die volle Leistung an. Im Eco-Modus ist es halt so getrimmt, dass weniger Leistung an und dadurch auch langsam beschleunigt, aber halt auch weiterkommt. Genau, es wird nur ein Motor verbaut und je nach Batteriespannung erreichen wir dann auch unterschiedliche Leistungen. Was leistet der Motor? Zurzeit leistet der um die 50 kW. Wenn wir das ESB appliziert haben, werden wir über 60 kW ran. Was wiegt der? Der wiegt... Lass mich nicht lügen, ich habe einen kleinen Infozettel dabei. Kleinen Moment. Ich muss mit dem nach... So... Um die 1300 Kilo. Was können Sie zur Haltbarkeit oder zum Lebenszeitzyklus dieser Batterie sagen? Ähm... Angegeben sind 80.000 Kilometer und die sind... 80.000 Kilometer. Das können ja so 4 bis 8 Jahre sein. Ja, wenn man von einem Stadtauto ausgeht, das in der Stadt bewegt wird und wenn man ja im Schnitt sieht, dass der Normalbürger für mich jetzt Kilometer fährt, dann kommt man wohl dann so auf 8 Jahre ungefähr. Genau. Okay. Äh... Wie sieht das aus mit einer Lebenszeitverlängerung durch einen... durch die Erneuerung eines Speichers? Ist das technisch möglich? Ist das technisch oder ist das wirtschaftlich eine Sache, die denkbar ist? Oder hat man quasi nach 8 Jahren einen Totalschaden? Ähm... Nein, keinen Totalschaden. Also geplant ist es so, dass die Batterien dann... dass man die relativ kostengünstig tauschen kann. Und dass die alten Batterien aus den Fahrzeugen dann zum Speichern von erneuerbaren Energien benutzt werden. Zum Beispiel von Solaranlagen oder ähnlichem. Und dass dann im Gegensatz dafür eine neue eingebaut wird, natürlich gegen den Aufpreis. Ja. Ja, ja.